Ich danke euch sehr, dass ihr bei diesem bescheidenen Wetter hier wart und lasst uns jetzt zusammen feiern. Kommt allen Rathaus der Nacht, ziehen wir alle zusammen zum Schubach ein, trinken mit Widerschritten, stärken mit uns, mit lecker Essen und vor allen Dingen zeigen wir, dass der Karneval in unserer Verbandsgemeinde liegt. Danke euch, ihr seid meine Gästen auf alle und die Übergabe der weißen Farbe für den Torsten und vor allen Dingen auch als Dankeschön auch für die Volksbank einer Eifel, die gleichheit ganze Rathaus vom Schubach bezahlt. Und wir alle zusammen ein dreifach dringendes Mittelsch, Prinz Thorsten, Mittelsch.